. . . . . Wir in. . . . . We just finished. We just have to walk at the international market. And now we are going to eat lunch at the Uzbekistan restaurant. Das ist unser Essen, und jetzt gehen wir zum Busan-Pangmulaguan. Musik 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 How are we going now? I don't know You don't know? We are now going to the skywalk Ah, Urukul Musik Music 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 See? It's raining so we are not allowed to go on the skywalk but still the view is amazing, very beautiful we arrived in our hotel and after we have checked in we will go to eat dinner and then we will have some free time for the rest of the evening and now let's go to school 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 and I will stop filming today and I will see you guys again tomorrow good morning it's the second day here in Busan and we are now going to eat some breakfast in the hotel and then we are going to the escape room and we are going to the top of this because the first night is coming out of summer Es war perfekt. Es war toll. Es war wirklich toll. Es war so schwierig. Es war so viel Spaß. Es war sehr gut. Es war so großartig. Es braucht viel viel von High School. Fortunately, we found the bay. Where are we going? Cafe. Only Cafe. Cafe Cori. Only Cafe. What? Only Cafe. Only Cafe. Only Cafe. Only Cafe. Ident needs a Cad marry. Don't rents here. Los Angeles International. And we've got her contested. The ticket and his unclejukie�. They arrived at Complex Patrice. People study. Wir sind gerade auf der Trennung, nachdem wir ihn verletzten. Die Trennung war gut. Wir haben viel walking und running gearbeitet. Wir hatten einen anderen Weg. Wir waren auf der Trennung. Ich denke, der Skywalk war die beste. Es war großartig. Die Trennung war großartig. Wir haben viel Spaß gemacht. Wir hatten eine großartige Zeit. Wir waren überrascht. Es gab viele Dinge, die wir nicht erwartet haben. Und Sie waren mit uns. Es war gut. Die Trennung war perfekt. Es war die zweite Mal. Ich habe viele Plätze gesehen, die ich nicht gesehen habe. Es war großartig. Wir konnten viele interessante und interessante Plätze sehen. Jetzt sind wir auf der Trennung. Wir sind auf der Trennung. Unsere Trennung hat es geschlossen. Alles war gut. Und jetzt wissen wir die Trennung. Wir haben ja es hab Deutschland geschätzt's. Wir tiden müssen dann da untertitelt. Wir waren drei Monate hinterher Ев baskets. Und wir können das für die Kilometer für sie übernehmen und zwei bisher painteln. Wir könnten das Verstattel from altri tr wearing a des Karmes kleines als unsere Karmes kleines gerecht. Vielen Dank.